In diesem Video geht es um die besten Kontaktgrills. Der Qualitätssieger in unserem Kontaktgrill-Test geht an den Tefal GC3060. Grillen Sie das ganze Jahr über was Sie wollen. Mit dem Tefal Kontaktgrill GC3060, welcher durch seine 2000 Watt schnell für knuspriges Grillgut sorgt. Dieser Elektrogrill macht es Ihnen ganz einfach. Mit drei Funktionen, Kontaktgrill inklusive Extra-Funktion zum Überbacken, oder komplett aufgeklappt als Tischgrill mit 1200 cm hoch zwei Fläche, können Sie Ihre Gerichte ständig variieren. Dank der antihaftbeschichteten Alugusplatten müssen Sie kein zusätzliches Öl verwenden und überschüssiges Fett läuft dazu noch in die integrierte Auffangschale. Die Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte sowie ein regelbares Thermostat machen die Nutzung denkbar einfach. Nach der Benutzung erleichtern die Platten und die Schale die Reinigung, da sie für die Spülmaschine geeignet sind. Der kompakte Elektrogrill lässt sich dann nach dem Essen vertikal platzsparend im Schrank verstauen. Zwei Grillflächen für die getrennte Zubereitung von zum Beispiel Fleisch und Gemüse. Auf der heißen Grillplatte bleibt das Grillgut saftig und lecker, da es beim ersten Kontakt mit der Platte sofort zu braten beginnt und aromatisch braun wird. Für eine leckere Kruste, die den Geschmack und den Saft im Fleisch versiegelt. Mit Temperaturkontrollleuchte und drei Grillstufen. 100 Grad zum Beispiel für Sandwich, 170 Grad für Fisch, 240 Grad für Fleisch. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Tefal Initio GC241D. Leistungsstarker und vielseitiger Kontaktgrill mit 2000 Watt für Fleisch, Fisch, Panini und Gemüse. Ideal zum fettarmen und komfortablen Kontaktgrillen. Das Gargut wird von beiden Seiten gleichzeitig gebraten. Einfach zu reinigen dank der antihaftbeschichteten Platten und der Spülmaschinen geeigneten Bratensaft-Auffangschale. Lässt sich ganz einfach senkrecht verstauen. Einfach zu verstauen dank vertikaler Lagerung, Kabelverstauung und Sicherheitsverschlusssystem. Einfache Reinigung der Spülmaschinen geeigneten Saftauffangschale. Multifunktionaler Grill für eine umfangreiche Essenszubereitung. Antihaftbeschichtete Grillplatten für eine mühelose Zubereitung ohne Fett und Öl. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kontaktgrill-Test ist der Panini Kontaktgrill. Kompakter, multifunktionaler und hochwertiger Edelstahl-Kontaktgrill im eleganten Design. Ideal für die Zubereitung von Fisch, Fleisch, Paninis, Toasts, Sandwiches und noch vielem mehr. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Kontaktgrill besticht durch die obere Grillplatte, die um 180 Grad nach hinten verstellbar ist. Dadurch verdoppelt sich ihre horizontale Grillfläche. Durch die antihaftbeschichteten Grillplatten und die Fettauffangschale ist eine sehr einfache Reinigung garantiert. Das hochwertige Edelstahlgehäuse, die große Grillfläche, starke 2000 Watt und der stufenlos einstellbare Temperaturregler runden diesen Kontaktgrill perfekt ab. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.